Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie befrügt, wenn der Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der größten Schatz, den es gibt. Untertitelung des ZDF, 2020